Es ist eine Kontrolle mit Ansage. Auf der A38 werden heute im großen Stil Lkw auf ihre Verkehrssicherheit geprüft. Im Fokus steht dabei, mein Kollege Tobias Bader war bis heute Mittag bei den Kontrollen dabei und kann uns jetzt sicher sagen, welches der bisher schwerste Regelverstoß war. Tobias Bader war das mit Informationen zu den heutigen Lkw-Kontrollen auf der A38. Seit Jahren sorgt eine umstrittene Anlage für Schlagzeilen, das sogenannte Schweinehochhaus in Maasdorf bei Köthen. Tierschützer behaupten nach wie vor, dass hier Schweine auf sechs Etagen unter schlimmsten Bedingungen gezüchtet werden. Auch heute wurde wieder in Maasdorf gegen die Haltungsbedingungen protestiert. Die Demonstration ist inzwischen vorbei. Allzu viele Tierschütze waren diesmal nicht vor Ort. Meine Kollegin Barbara Kreuzer hat bei den Verantwortlichen vom Deutschen Tierschutzbüro nachgefragt, ob die Veranstalter dennoch zufrieden waren. Und wir bleiben da dran. Barbara Kreuzer war das mit Informationen über die heutige Demonstration gegen das Schweinehochhaus in Maasdorf. Es war eine Großrazzia, die gestern im Leipziger Norden und Osten stattgefunden hat. Beteiligt waren 450 Beamte, die Wohnungen und Geschäftsräume von Personen und Firmen durchsucht haben. Die Aktion dauerte bis in die späten Abendstunden. Kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die böse, die bitterböse ist. Ein 82-jähriger Mann aus Sangerhausen ist in seinen eigenen vier Wänden überfallen worden. Ein Unbekannter hatte vor, bei ihm fette Beute zu machen und schreckte dabei auch vor Gewalt nicht zurück. Doch wenn er mit allem gerechnet hat, mit einem ganz sicher nicht. Sein vermeintlich leichtes Opfer entpuppte sich als eine echt harte Nuss. Wir möchten Ihnen jetzt eine junge Frau aus Salzwedel vorstellen. Und auch sie ist eine echte Kämpfernatur. Bei einem schrecklichen Brandunfall vor knapp vier Jahren wurden 23 Prozent ihrer Haut zerstört. Bereits ab 20 Prozent besteht akute Lebensgefahr. Wie sich Annika Ladewig Schritt für Schritt ihr Leben zurückerobert, das erzählt die folgende berührende Geschichte. Schön, wie sie lacht. Es ist wirklich bewundernswert, wie Annika ihren Weg geht. Ihre Zeit der intensiven Pflege ist vorbei. Doch es gibt sehr viele Menschen, die immer darauf angewiesen sein werden. Wir beschäftigen uns ja in dieser Woche mit dem Thema Pflege. Denn obwohl es etliche gute Beispiele gibt, läuft es andernorts noch nicht so richtig rund. Lange Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, kaum Anerkennung. Eine Ausbildung zum Altenpfleger kommt deswegen für viele junge Menschen gar nicht in Frage. Die Pflegebranche hat ein Imageproblem und große Nachwuchssorgen. Genau da will ein einzigartiges Schulprojekt aus Magdeburg ansetzen. In dieser Woche sind wir in eine neue Staffel vom MDR Frühlingserwachen gestartet. Drei Städte in Mitteldeutschland rufen auf zum großen Arbeitseinsatz und wollen natürlich mit ihrem Projekt auch den Sieg einfahren. Wie man gewinnt? Ja, das kann man mal im Bad Schlema erkundigen sich. Denn der kleine Ort im Erzgebirge hatte sich letztes Jahr den Titel geholt. Die Bad Schlema hübschten einen Park und den Schulgarten auf. Doch was ist aus diesem Projekt nach einem Jahr geworden? Sven Böttger, damals der Pate von Bad Schlema, wollte das natürlich wissen. So, wir haben Sie in den Nachrichten schon gehört. Die Leipziger Buchmesse stürmen seit heute tausende Besucher. Und wenn Sie Glück haben, könnten Sie morgen auch ihr begegnen. Veronika Fischer, sie wird dort nämlich ihr neues Buch vorstellen. Erinnerungen sind es an das Leben in der DDR und das, was nach dem Weggang in den Westen folgte. Wir freuen uns, dass wir schon heute mit Veronika Fischer in ihren Erinnerungen kramen können. Aber wir wollen natürlich auch über das reden, was das Leben der beliebten Sängerin heute ausmacht. Für das Landgut Kursdorf, seine Mitarbeiter und die seltenen Wasserbüffel sah es lange Zeit nicht gut aus. Der Betrieb musste Insolvenz anmelden und damit stand die Schließung förmlich vor der Tür. Bis er kam. Martin Grob, ein studierter Landwirt aus Augsburg. Er kennt sich in Sachen Wasserbüffel nicht nur bestens aus. Er ist auch ein bekennender Fan der Tiere. Ich hoffe, Sie sind jetzt hellwach. Denn heute, am Tag der Rückengesundheit, hat die DAK neue Zahlen zu einer Studie vorgelegt. Darin gaben 75 Prozent der Befragten an, 2017 mindestens einmal Rückenbeschwerden gehabt zu haben. 2003 waren es noch 55 Prozent. DAK-Vorstandschef Storm sagte, das gesundheitspolitische Ziel, das Problem Rücken in den Griff zu bekommen, sei nicht erreicht worden. Auffällig sei, dass Patienten mit Rückenbeschwerden zunehmend direkt ins Krankenhaus gingen. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl stationärer Behandlungen um 80 Prozent gestiegen. Ein Problem, unter dem die Patienten häufig leiden, kommt wie aus dem Nichts. Eine achtlose Bewegung, eine zu schwere Kiste und plötzlich ist er da. Der stechende, bohrende, ziehende Schmerz, der Hexenschuss. Bevor wir mit Dr. Dietz die Hexe jagen, wollen wir erst einmal klären, woher der Name Hexenschuss eigentlich kommt. In diesem Sinne, danke Dr. Dietz. So, unsere Kollegen stehen, das ist schon mal gut und sitzen nicht, stimmt's? Aber ich nehme schon mal die Schulter nach hinten. Ja genau, ihr habt zugehört, schön die Schulter nach hinten nehmen und ansonsten am Tisch dürft ihr lümmeln. Heute Ladies First, würde ich mal sagen. Susann, du bist die Erste im Dreierbund und erzählst uns mindestens ein Thema. Ja, es wäre jetzt so, Susann, als hätten die Kinder tatsächlich viel Spaß gehabt bei dem, was er sagte. Also offensichtlich ist das angekommen. Dankeschön und eine gute Sendung. Es geht weiter nach Dresden zu Tino Hall. Grüß dich. Also jetzt Brust raus, Bauch rein und dein Thema. Und Straffen, genau. Wie passt das also alles zusammen? Dankeschön Tino und eine gute Sendung. Wir schauen weiter nach Magdeburg. Sascha, hallo nochmal. Ich grüße dich. Pflege spielt bei uns diese Woche eine große Rolle und ich glaube bei euch auch? Ja genau. Sascha, danke schön. Gute Sendung, wichtiges Thema. Das war es von uns, liebe Zuschauer. Für heute Morgen laden wir Sie natürlich ganz herzlich wieder zu MDR um vier ein. Zum Café habe ich den Journalisten und Autorin Rüdiger Frank bei mir und mit ihm spreche ich unter anderem über sein aktuelles Buch, in dem er seine Erfahrungen in Nordkorea geschrieben hat. Außerdem, freitags ist er immer da, unser Christian Henze. Es wird gekocht, Pasta. Ich denke, das geht immer. Hier geht es jetzt weiter mit MDR aktuell. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und freuen uns, wenn Sie morgen Zeit für uns haben. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.